Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Greifen nah, Fiat Punto, Auto des Jahres 1995 KitKat Immer ein lecker, leichter Schoko-Genuss Hast du mal eine Coca-Cola? Meine Mutter bringt uns welche mit vom Supermarkt Bringt sie uns doch wirklich Coke? Ich wette nicht! Bringt sie doch! Bringt sie nicht! Bringt sie doch! Wetten um deinen Hund, Barney, dass sie keine bringt? Die Wette gilt Mami, hast du Coca-Cola geholt? Aber klar, was sonst? Hey, wo ist Barney? 44 Ideen für die Wohnung und als Extra der persönliche Fahrpass für ihre neue Sommermode Jetzt in Freundin Früher, als man noch hart arbeiten musste, konnte man essen, so viel man wollte Später in der Überflussgesellschaft wurde weniger Essen zur Disziplin Heute gibt es Gutfried, die Wurst aus Geflügelfleisch In Gutfried ist von Natur aus wenig Fett, aber viel Geschmack Ist das nicht deine Lust, heute zu leben? Gutfried Wurst ist gut für mich, oh ja Ich fühl's frei Ich fühl's frei Das Astra Cabrio Heiße Aussichten Wo ist das dein Haus? Neu, dein Hart-Jellow Sekt und Wein Garantiert unlangweilig Erstmal Toma-C Die Tomapurin-Brause-Tablette mit viel Vitamin C Bei Erkältung und Kopfweh Erstmal Tomapurin-C Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker Das Schönste auf der Welt ist ein eigenes Zuhause BHW, der Baufinanzierer Der neue Kraft Philadelphia, den sollten Sie mal probieren Denn der neue Kraft Philadelphia ist so sahnig wie nie zuvor Oh, won't you stay Just a little bit longer Oh, please, please stay Just a little bit longer Absolute Weltklasse Bitburger Ein besonderes unter den Besten Bitte ein Bit Nach dem Essen Zähneputzen nicht vergessen Und wenn das nicht geht Die neuen Odol mit drei Kaugummis Die Dreifachprophylaxe gegen Karies Zahnbelag und Zahnfleischprobleme in einem Kaugummi Die Dreifachprophylaxe für unterwegs Die neuen Odol mit drei Kaugummis Unsere Haut ist so zart Schön, dass es dafür eine so zarte Pflege gibt BHW liebt junge Haut Im neuen Audi A4 erfüllen sich nicht nur Deutschlands beste Autofahrer wohl Sondern auch ihre Beifärber Welch ein Tag Mit freundlichem Liebes Fettige Pommes sind ein Albtraum Aber ein Traum ist das neue Cross- und Frittpapier von Top-Hits Mit dem Saugkrepp Es saugt das Fett auf Für knusprig-krosse Pommes Gemüse interessiert die beiden nicht Schmecken soll es Heute gibt's Brokkoli-Gratin Mit Knorr-Gemüseküche Das geht ganz einfach Kurz aufkochen Rübergießen Ein bisschen Käse dazu Schon fertig Ja Auf einmal ist Gemüse alles andere als langweilig Knorr-Gemüseküche So schmeckt es richtig gut Der neue Film von Oscar-Preisträger Robert Redford Quizshow spielt in einer überaus turbulenten Ära unsere Geschichte Wenn Ihnen hier mal zu viel Geld angeboten hätte, würden Sie's tun? Ein Film über das Ende der Unschuld einer ganzen Nation Quizshow jetzt im Kino Ein Whisky aus Rothes im schottischen Hochland Mit ungewöhnlich heller Farbe Mild und zart malzig im Geschmack Seit 1840 aus dem Wasser der selben Quelle Glenn Grant ist schon immer anders gewesen Glenn Grant Aus Tradition anders Peter Alexander in seinen schönsten Rollen Ich nehme diesen Auftrag an Billy the Kid war gefährlich Aber Graf Bobby ist noch gefährlicher Sehr wohl, Herr Graf Beef Bar Graf Bobby Der Schrecken des wilden Westens Samstag, 20.15 Uhr Peter der Große In Sat.1 Bitte, 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 jederzeit Manoman sind das Männer Manoman Die tollsten Typen aus 10 Diskotheken in ganz Deutschland Die Manoman Disco Show Samstag, 21.75 Uhr Manoman In Sat.1 Hallo, Herr, Ken Peter der Große